Heute zeige ich dir sieben Shortcuts, mit denen du dein Workflow in Logic massiv verschnellern kannst. Und ich bin überzeugt davon, dass du noch nicht alle kennst. Hallo, ich bin Martin und auf diesem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic. Nicht für jede Aufgabe ist die Maus das beste Werkzeug und deswegen sind für manche Aufgaben einfach Shortcuts, also Tastaturkurzbefehle, besser geeignet. Der große Vorteil in Logic ist, dass es schon über eine riesige Palette an vorgefertigten Tastaturkurzbefehlen verfügt. Das heißt, du hast schon fertige, die musst du eben lernen, welche für dich am besten sind und kannst sie dann gleich anwenden. Du kannst dir aber auch ganz einfach selber welche anlegen und zwar über den Tastaturkurzbefehl Alt K. Dann öffnet sich dieses Fenster hier, das sind die Tastaturkurzbefehle und jetzt kannst du hier irgendeinen raussuchen, wenn noch keiner angelegt ist. Du gehst hier einfach auf Taste, drückst die Taste, die du dafür möchtest. Wenn sie schon belegt ist, dann siehst du hier, dass du sie ersetzen kannst oder dass du abbrechen kannst. Dann machst du Tastaturbeschriftung lernen und fertig, dann ist dein Shortcut angelegt. Ich zeige dir jetzt sieben Lieblings Shortcuts von mir, die ich sehr, sehr oft anwende, um in Logic schneller arbeiten zu können. Übrigens, wenn du in Logic schneller arbeiten möchtest, empfehle ich dir auch meine Logic Workflow Checkliste. Die habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Und jetzt geht es los mit Tipp Nummer 1 und das ist der sogenannte Pickup Clap. Nehmen wir mal an, du hast hier diese beiden Regionen und du möchtest jetzt, dass diese beiden Regionen, du möchtest sie schnell verschieben und zwar auf die Position des Playheads, des Cursors hier. Dann kannst du den Pickup Clap anwenden und das ist das Semikolon. Das drückst du einfach und dann verschieben sich diese Regionen hier auf den Cursor hier. Zack, ja. Das ist richtig gut, wenn du im Arrangement arbeiten möchtest und möchtest Regionen verschieben. Also der sogenannte Pickup Clap, das ist das Semikolon. Tipp Nummer 2, schnelles Verschieben von Regionen. Ich schiebe diese Regionen hier mal vor und vielleicht kennst du schon den normalen Shortcut, wenn du hier Regionen kopieren willst und das ist Command R. Ja, Command R. Jetzt kann ich hier mehrere Regionen oder nur eine Region schnell nach rechts kopieren. Du kennst aber vielleicht auch Aliasse. Einen Alias erhältst du, wenn du die Alt-Taste gedrückt hältst, gleichzeitig die Shift-Taste gedrückt hältst und dann hier rüber ziehst. Dann hast du einen Alias. Ein Alias enthält hier keine MIDI-Informationen, es ist nur eine Kopie dieser Region. Sie spielt also genau das gleiche wie die Hauptregion hier. Wenn ich also jetzt hier einen Beckenschlag zum Beispiel rauslöschen würde, würde sich hier der Beckenschlag auch rauslöschen. Automatisch würde das hier auch passieren. Das kann sehr nützlich sein in loopbasierter Musikproduktion. Beim nächsten Tipp geht es um das Zusammenziehen von Regionen. Ich zoome hier gerade mal rein. Das kann super hilfreich sein bei Sprachaufnahmen. Nehmen wir mal an, du hast Sprachaufnahmen gemacht und brauchst jetzt nur bestimmte Parts dieser Sprachaufnahmen und du hast jetzt hier schon die Sachen rausgeschnitten, die du nicht brauchst. Jetzt wäre es sehr nützlich, wenn es einen Befehl gäbe, dass du diese Regionen hier schnell zusammensnappen kannst, sozusagen. Dass alle Regionen, die hier links von dieser Region sind, hier rüber rutschen. Und dafür gibt es tatsächlich einen Tastaturkurzbefehl und den finde ich auch super nützlich. Ich zeige dir mal ganz kurz, bevor ich den anwende, wo du den finden kannst. Und zwar ist das hier über Verschieben und dann ist das nach links ausrichten. Also das ist Alt-Klammer, Alt-Klammer auf, nach links ausrichten, Alt-Klammer zu, nach rechts ausrichten. Wenn ich jetzt diesen Tastaturkurzbefehl anwende, schwupps, dann rutschen diese Regionen hier zusammen. Also wie gesagt, super für Sprachaufnahmen, die du schnell zusammen schnurren lassen möchtest, sozusagen. Ein weiterer nützlicher Tastaturbefehl in diesem Zusammenhang ist Control-Option-X. Wenn ich hier drücke, das hast du vielleicht gar nicht gesehen, dann macht er automatisch Crossfades hier für alle Regionen, die hier zusammen sind. Siehst du es hier? Ich muss mal reinzoomen. Er hat jetzt hier Crossfades angelegt für, sieht man ein bisschen schlecht hier, doch hier siehst du es, für alle Regionen, die ich hier zusammengeklebt habe. Das ist Control-Option, also Control-Alt-X heißt es deutsch. Das ist sehr nützlich, um die Region, die du hier zusammengefügt hast, mit Crossfades zu versehen, falls zum Beispiel irgendwelche Knackser entstanden sind. Bei der Aktion davor. Beim nächsten Tipp geht es um das Marquee-Tool, das du bestimmt auch schon kennst und wahrscheinlich oder hoffentlich häufig nutzt. Wenn ich hier also mit dem Marquee-Tool hier reingehe, ich habe mir hier eine Klickzone angelegt, wenn ich hier unten reingehe, dann spielt er mir diesen Loop jetzt ab, hier ab. Wenn ich es länger ziehe, dann spielt er nur diese markierte Region ab. Wenn ich jetzt aber genauer markieren möchte, dann kann es mit der Maus schwierig sein. Und wenn ich jetzt hier die Tasten links und rechts Pfeiltasten benutze, dann kann ich hier die Marquee-Region hier weiter verschieben und zwar transientenweise. Immer wenn er einen Schlag hört oder ein Transient hört, dann kann ich das hier sehr genau verschieben und das ist sehr nützlich. Wenn ich hier Shift gedrückt halte, dann geht es in die andere Richtung weiter. Also auch dieser Tastaturkurzbefehl ist sehr nützlich, um mit dem Marquee-Werkzeug genau zu markieren und vor allem sehr, sehr schnell zu markieren. Beim nächsten Tipp geht es um die Track-Beschriftung oder Spuren-Beschriftung. Das ist auch oder fand ich auch immer extrem nervig, das hier per Doppelklick zu machen. Wenn ich den jetzt umbenennen will, muss ich hier irgendwie einen Doppelklick machen, hier wieder einen Doppelklick machen. Das nervt und du musst hier immer die Maus in die Hand nehmen, musst aber ja nachher eigentlich tippen, also bist schon an der Tastatur. Wenn ich jetzt hier bin und drücke Shift-Enter, zack, dann geht sofort dieses aktive Fenster hier auf oder wird die Beschriftung aktiv und ich kann sie umbenennen. Wenn du dann die Tab-Taste drückst, ist sofort die nächste Spur-Beschriftung aktiv und ich kann sie umbenennen. Das kann am Anfang von einem Mix sehr nützlich sein, wenn du Spuren schnell umbenennen willst, dass du dann nicht immer mit der Maus rumfummeln musst und hier per Doppelklick die Sache eingeben musst. Beim nächsten Tipp geht es auch um eine Sache, die viele Logic-User ein bisschen nervt und das ist, wie sie Aux-Tracks, also zum Beispiel Hull und Delay ins Arrangement-Fenster hier in die Track-Area hier reinbekommen. Und auch dafür gibt es einen ganz einfachen Shortcut. Mal angenommen, ich möchte jetzt meinen Hull und meine Delay-Spur, weil ich die automatisieren möchte hier an einer Spur, ich möchte die schnell ins Arrangement-Window bekommen. Dann markiere ich einfach beide und wähle Ctrl-T und zack, schon sind diese beiden Effekte hier beschriftet und sie sind hier im Arrangement-Window und ich kann sie hier auch hinziehen, wo ich möchte. Also damit kannst du auch dieses Problem lösen, wie du deine Aux-Tracks sehr, sehr schnell ins Arrangement-Window kommst. Und damit kommen wir zu einem Bonus-Tipp und das ist außerhalb der Locator-Punkte abschneiden. Der klingt ziemlich komisch, der Befehl ist aber super nützlich. Nehmen wir mal an, ich habe hier diese Region und ich möchte jetzt, ich weiß genau, ich möchte nur Tag 23 haben von dieser Region. Jetzt will ich hier aber nicht rumfummeln mit meinem Arquee-Tool, sondern ich möchte einfach schnell hier und hier diese Region wegschneiden, sodass nur noch Tag 23 da ist. Und dann kannst du dir einen Befehl anlegen unter Trimmen und zwar außerhalb der Locator-Punkte abschneiden. Ich habe hier Command-Backslash gewählt und wenn ich das jetzt hier drücke, die Region muss markiert sein, Command-Backslash, zack, dann habe ich diese Region super, super schnell getrimmt und muss hier nicht rumvorwerken in der Region mit irgendwelchen Vergrößerungsmaßnahmen oder sonstigem. Hast du alle diese Shortcuts gekannt oder war tatsächlich auch ein neuer für dich dabei? Schreib es mir mal unten in die Kommentare, das würde mich interessieren. Oder kennst du noch einen Shortcut, den ich jetzt vergessen habe und der super wichtig ist? Auch das kannst du reinschreiben, um anderen weiterzuhelfen. Ansonsten, wenn es dir gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben oder über ein neues Abo und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann! Bis dann!